Wie eine dumme Frage, was das da ist? Du weißt, was ist das da? Dann ist die Sicherung. Okay, das ist komplett okay. Da kommt die Kabel rein. Hier ist eine Sicherung drin. Es ist wie so ein dünner Kabel. Highest Priority. Das geht kaputt, wenn der Strom zu stark ist. Das ist eine Sicherheit. Das geht dann an der Stelle kaputt. Das geht dann und es geht dann ab. Das war meine Frage. Wenn wir das nur gemacht haben, müssen wir sie mit Decke abgedeckt, weil die Kabel immer unten rausziehen. Das ist dann mittlerweile blank. Die Idee ist, erst alle Komponenten an die Borde. Also hier ist die Idee für die Stücke. Dann können wir hier ein bisschen... Ich habe mich gefragt, ob es das an meinem Handy ist? Das muss ich offen sein. Nein, nein, du hängst es in. Hier, du musst es mit meinem... Wo sind die anderen? Nein, nein, nein. Das ist hier. Hier, hier, hier. Wir bringen sie alle in die Schraube. Okay. Und die Weine, wir tun sie zusammen. Wir tun viele Weine hier. Ja, das stimmt. Erst musst du die Schraube verbinden. Ja, das stimmt. Das ist immer einfach. Aber das ist eine Schraube verbinden. Die Schraube verbinden sich nicht. Ja. Dann hast du die Schraube verbinden. Ja. 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 Der ist ein Schraube verbinden. Ich probiere dich mal. Ich blöcke sie ab. Ich blöcke sie ab. Das ist ein Schraube verbinden. Er ist da weg? Nein, da ist es hoch. Den können wir hin. Ja, das ist gut. Jetzt ist die Schlacht. So, ist das die richtige Richtung? So, ist das die Runde? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ich habe einen Schrauben, einen Schrauben, einen Schrauben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017